und willkommen zurück zu einer neuen folge cube 1 dieser atlas cube ich spreche ich spreche so richtig aus keine ahnung ok da komme ich nicht kein zurückkommen kein zurückkommen es sieht aber nicht so aus als wir das jetzt hier so schwer ok das ist mir später auch was ich werde gewinnen ist es mit augen sie passieren immer aber nicht was ok wenn man geht es auch noch ja hier haben wir schon noch mehr okay das ist natürlich und schon okay das ist hier ja sehr gerne das lustige ist ich komme doch nicht hin kann ich da jetzt überhaupt muss ich da hin ich muss da hin die andere seite er sich noch mehr nur für braucht die ich jetzt gar nicht habe wir müssen also doch erst auf die andere seite also passt das schon was wir jetzt anrufen haben ich habe schon mal hier runter und versuchen mal anrufen anrufen Juhu. Ist ja noch irgendwas? Ich will nix übersehen. Ich sind rische Eiswürfe. Da unten drunter. Nee, hier komm ich nicht hoch. Na gut. Juhu. Wehe Depression jetzt weg. Wehe Depression weg. Hä? Aber ich kann doch gar nicht. Warte mal, ich kann das. Ja, jetzt bin ich im Arsch. Das war's jetzt. Ich kann ja hier... Ich kann hier nix drauf setzen. Das war's. Ah ne, gut. Uuuuh, ich wollte schon sagen. Nein. Ach, den hab ich ja auch. Oh, den darf ich auch verwenden. Wenn ich den auch verwenden darf, dann... Warte. Ja. So. Sehr schön. Ha. Geschafft. Uh. So, jetzt komm wir auf die Seite gehen. Jetzt haben wir den. Was passiert da? Oh, 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 oh. Das ist mies. Boah, das ist mies. Es ist einfach eigentlich auch mies. Ja, geht jetzt hin und her, oder was? Oh, das war's jetzt mal. Schön, hier gibt es ein zweiter Punkt. Klasse, da freue ich mich. Na, okay. Weil ich das an die Wand noch mal so ist, ne? Sehr schön gemacht. Ich mach, ich mach diesen blauen Teil ist hier richtig schön aus. Ich komm mir grad vor, wie so bei Minecraft hier. Zug fährt ein. Ich stell das mal an die Seite. Ich geh nach diesem Schatten hier unten, nach dem Runden, genau. Das müsste jetzt passen. Ja. Und den nehm ich auch wieder mit. Äh. Äh. So. Okay, ach ja. Okay. Sehr schön. ist hier irgendwas das ist immer gut kann man hier das wird noch ein kleiner das ist das das ist ein secret ich kann aber nicht durch den drei großen eh 1 okay, der ist sowieso reingekriegt hier ist nix hier drüben oh nein, das war nix hier scheint irgendwas zu sein hier hier ist doch oh ich dachte schon jetzt wo ist das aaa haha ah, ganz schön böse versteckt das kleine ding aber wir haben es gefunden nicht mit uns okay da hinten müssen wir den blauen anbringen nein okay okay noch hier irgendwas also secret haben wir jetzt eigentlich schon ne oh, es geht nach unten darf ich die mitnehmen darf ich darf ich ich hoffe das war jetzt kein Fehler äh, das war ein Fehler warte dass wir runterfahren fahr runter ja, er fährt runter ja, er fährt runter oh, ich muss jetzt irgendwo abspringen und ich verpasse es jetzt voll ich muss irgendwo abspringen oder wie soll ich denn da rüber kommen ach, der fährt da rüber ah, sehr praktisch das ist, äh, fahrgemeinschaft blablak naja und da ist das finish und wir haben sogar das kleine secret gefunden hier juhu das ist nicht schlecht da in der ersten level ne, das war schon das zweite level jetzt, oder? schwedest konnerische äh, das ist das erste und das ist das zweite schon von der welt von der welt von der welt 2 quasi uuuh weiß gar nicht was kommt hier jetzt, was kommt hier jetzt ok oh, jetzt kommen wir ein bisserl mehr in die schneewelt rein boah, wie, ich hoffe, dass die oh, die bäumerisch so wie im winter kann ich den? kann ich? ja, ich kann ihn überwie im winter jetzt ah, überwiegend so eistacken runter aber es sind viele blaue steine hier jetzt da ach, schön ach, sehr schön gefällt mir wirklich ok da muss man schon überall was hinsetzen kann ich? das ist, ne, das ist ne lampe ok hier ist nix nicht abbrechen weh, ihr brecht ab ok warte auf mir ich sollte mich vielleicht erst drauf stellen bevor ich dann los mache gesundheit muss man ja sagen, wenn jemand niest, das muss schon sein muss schon alles seine richtigkeit haben hier ok ich wette oh gott oh gott hier ist nix das war jetzt klar das wollte ich jetzt wetten halt, hier ist nix das war mir klar ich wollte nur gucken, ob ihr es auch dass ihr es auch seht also so ok oh gott ok der da drüben wird aktiviert so dann fahr mal los Kollege irgendwo geht es jetzt hin hier kann ich nix machen, die sind alle verriegelt ok ich muss hier rein danke da komm ich nicht hin ah hier sehr schön sehr schön das ist jetzt nicht nur mit der da ok die halten auch alle ich bin ich bin wieder hier nee da würde ich nicht hin hier hat noch nichts drauf gestellt also das ist warte mal das wird der hier sein ja da ich alles ha ist das mies okay hier oben kann ich da irgendwie ich brauche zwei steine für darin er hat alleine nicht los der fahrt über den stehen da okay moment so nämlich den stein der da liegt dann müsst ihr ja wieder hier vorkommen wie ist der wieder kann ich doch überhaupt kann ich einen stein auf dem einstellen ich weiß es nicht hier ist ja nix hier komme ich ja dahinter okay so drinnen wo ist einer glaube ich zumindest ja was das das secret sein vielleicht ist das hier nein das ist kein secret sie können rein kann ich das es war jetzt nicht so gut oder das muss sogar das muss sogar ok dann steige ich aus ok da geht es weiter den krallmolz da geht es auch weiter hier vorne scheint es auch weiter zu gehen ja ich sehe es schon ich sehe es schon wo hier ist abgebrochen pack mal den blauen mal hier drauf aufwärts bitte den brauchen wir müssen da hoch oder was ja wir müssen da hoch wie soll ich da das wird so nix aber das wird was und ich muss da hoch das ging ja recht einfach so so jetzt muss ich mal hier drüben ist mal schön so irgendwelche secrets irgendwo irgendwas ich will ja nix verpassen nein sieht nicht so aus jetzt geht es darüber darüber ist ja schon das finnisch auf geht's also das geht noch viel höhe warte mal zurück fährt oder mal kurz mit der turm geht viel höher ja dann nochmal zurück erst noch mal zurück das 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 ich schade na gut ich muss noch mal gucken ich muss noch mal machen ich muss noch mal machen ich muss noch mal gucken wo wir jetzt hin es schneit wobei das sieht jetzt aber nicht mehr so schön aus irgendwie irgendwie sieht es sie manchmal schon winternächten das sieht aber ganz komisch aus unheimlich sogar so den brauchen wir wo war das ja das ding ist riesig das ich weiß ein stück davon gibt es gar nicht mehr multiplayer das ist ja wohl cool eigentlich um diesen rätlern multiplayer zu machen dass man da immer irgendwie zu zweit durch muss das war ganz cool so so jetzt hier noch irgendwas hier geht es hier hinten heimlich hoch geht es hier hinten nein man weiß ja nicht man weiß ja nicht man weiß ja nicht hier scheint es aber hoch zu gehen obwohl es doch da lang geht ganz offensichtlich warum geht es denn hier hoch das ist natürlich jetzt die frage weil hier noch irgendetwas ist irgendetwas ist hier die frage ist was ähm komm ich da hin nein komm ich nicht hin ja hier okay haha mann jetzt muss ich wieder hier das ne mir rückfallen so du da hinten dich brauche ich juhu so nein na ja ne wie gesagt ich bin ja nicht allein hier in der Wohnung ok ich bin ja nicht allein hier in der Wohnung ok und alle hoppa so was muss man jetzt hier was haben wir hier was ist hier ist überhaupt irgendwas ah ah zwei blaue Schlüsselsteine zwei blaue Schlüsselsteine so ich höre schon hier über das Secret irgendwo drin und wo ist das sogar da hoch aha ah hier ok ach hier der hier oh es geht da unten was schau es geht da oben boah der Fall tritzt aber wie mies ok controllpunkt ok da müssen wir rein brauchen ok wo geht es hier lang nach oben Man soll hier angeblich irgendwie nach oben. Ich weiß auch nicht wie. Jo, kommt man da eher wieder runter. Hm. Jo, noch ein Stein. Oh Gott, voll das Labyrinth hier. Okay, das Ding ist separat hier drüben. Hier haben wir schon irgendwelche Steine. So. Ah, sieh einer an. Zwei blaue Schlüsselsteine. Oh ja, klar. Kommen wir hier gleich wieder runter. Okay. Gleich bis rüber. Sehr schön. Hier sind wir gekommen, genau. Hier geht's hoch. Nun, wo ist... Hier ist nix. Was wird sich bewegen, wenn ich das mach? Machen wir's einfach mal. Irgendwas irgendwo hat sich grad bewegt. Hier hat sich was bewegt. Das hat sich bewegt. Alles klar. Ja, ich ahne schon, ob was das hinterlässt. Hm, das dachte ich, das war jetzt klar. Jetzt kann er nicht weg. Jetzt ist er aber aktiviert. Jetzt kann er. Oh, der Flimmer aber ein Stein. Äh, wartet mal, ich will zurück. Kann ich... Nein, Mist. Den Stein und den Toner hätten wir gar nicht gebraucht. Ah, verflixt. Hoffentlich wird das uns jetzt nicht zum Verhängnis hier. Jetzt haben wir nämlich nur fünf Stück. Oh, ey. Das ist mies. Das ist richtig mies. Weißt du was? Ich geh noch mal kurz zurück zum Kontrollpunkt. Da war ja einer. Ich will erstmal hin, oder die Gang schaffte mich mitgenommen. Okay. Wir brauchen den Blatt und Stein. Wir müssen so und so in die Richtung. Passt also. Riecht das Zeug. Es ist immer so ein bisschen schrecklich, wie ich mir schaffte, dass das Zeug wegbricht. Okay. Hier drüber. Wohin? Ach, da. Da sind sie doch schon. Die zwei Schlüsselsteine. Und hier geht's wieder runter. Okay. Dann kriegen wir den nächsten und noch zwei rote. Das ist das. Das ist das hier. Okay. Okay, wir müssen was rufen. Gut. Nein. Hä? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Bisschen wir wieder runter? Bisschen wir echt wieder runter? Ja, lass uns mal hier oben. Okay. Da hinten durchschnittst du jetzt? Ist das? Ach, hier. Oder was? Ja, hier ist noch. Ah, okay, okay. Oh, das wird mies. Okay, ein bisschen da hoch. Oh, was? Da müssen wir jetzt so bauen, oder was? Oh, das ist gemein. Oh, okay, der wird angehalten. Boah, ich dachte schon. Boah, das wäre fies. Na, das ist schon eine coole Strecke gewesen, ja. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, da gibt es ungefähr sechs solche großen Welten. Mit jeweils mehreren Leveln. Aber das wird schon noch. Das ist erst mal Welt 2. Wo wir jetzt hier kurz spielen. Und da kommt noch einiges bestimmt. Ist hier noch irgendwas? Wir gucken kurz uns noch mal um. Guck mal, da ist ein Smiley. Ein Secret, ein Smiley. Das ist erst mit Smiley, ja, cool. Klar, ein Secret gefunden. Gut, das scheint es auch mal gewesen zu sein. Wir haben aber das englische Secret nicht gefunden. Was sehr ärgerlich ist, muss ich sagen. Boah, das ist gar nicht durchgejumpt. Da drüben wollen wir gar nicht, oder? Da. Weiß ich gar nicht. Na, mal kochen. Ich mach da so einen Poiss schon, aber ich kann ja nicht speichern. Mal gucken, und gleich beim nächsten Checkpoint. Wir müssen schnell einen Checkpoint finden. Da bin ich die Folge erst mal. Oh, hier sieht es schön aus. Jetzt ist es Nacht. Oh, das sieht schön aus. Und das sieht schön aus. Das schlägt jetzt immer hier mit Fenster. Okay. 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 Oder welcher steht auch mit Zoom. Reset to last, checkpoint back to levels. Ah, das müsste hin, also wenn wir ihn finden, dann sollten wir da auch speichern quasi. Hier oben ist jetzt nix mehr, ne? Also können wir theoretisch hier runterholfen, oder? Oh Gott. Da ist ein Checkpoint, da ist ein Checkpoint. Muss ich für die Uhr irgendwas machen, bevor ich jetzt den übelsten Fehler mache und hier runterholfen? Nein. Okay, Checkpoint. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.